Tag 6 bei Promi Big Brother. Zwei Mädels glauben, einen männlichen Mitbewohner der Falschheit überführt zu haben. Der reagiert allerdings total cool. Für große Aufruhr sorgt derweil die erste offene Nominierung. Elena Miras, 32, hinterfragt einen Kandidaten. Ich finde es komisch, wenn jemand plötzlich alles dramatisiert. Ist es, weil er nominiert ist und etwas damit erreichen will? Es geht um Sinan Moves, 9, 10, das Containerküken probiere, um alles in der Welt Sendezeit zu bekommen. Unter anderem drückte er auf die Tränendrüse, als er von einem verstorbenen Freund erzählte. Und er habe schon zwei Tage in einer Kinder- und Jugendeinrichtung geschlafen. Auch bei dieser Geschichte wird er emotional. Ich habe das Gefühl, dass er Mitleid bekommen und eine Story präsentieren will, glaubt Elena den TikTok-Star, 2,6 Millionen Follower, enttarnt zu haben. Es ist einfach Fake as f-Sternchen ck. Wenn jemand eine Geschichte auspackt, nur damit der Zuschauer Mitleid hat, ist das Fake, das geht nicht. Und auch Cecilia Asoro, 28, hat Sinan durchschaut. Er bleibt nicht authentisch. Damit tut er sich keinen Gefallen. Immerhin gibt der Wahl Berliner reumütig zu. Manchmal habe ich schon was gesagt, um Stadt zu finden. Aber ich mache das alles zum ersten Mal. Ich habe Angst, dass mich jetzt bestimmt keiner mag. Besondere Aufgabe für Mimi Fiedler, 49, die Tatort-Schauspielerin, kauft nicht nur im Späti-Artikel für knapp 19 Euro ein. Sie darf danach entscheiden, ob sie den Einkauf behält oder einen bereits Nominierten schützt. Nach langem Überlegen entscheidet sie sich, die Mägen der hungrigen Mitstreiter zu füllen, die Nominierten bleiben gefährdet, als Erste gehen zu müssen. Anschließend wird offen nominiert. Die Entscheidung fällt auf der Nominierungsseite zwischen Cecilia und Matze Höhn, 28, der frühere Köln, 50.667 Darsteller, erhält sechs Stimmen und muss beim ersten Exit zittern. Auf der geschützt Seite setzt sich Daniel Lopez, 47, knapp gegen Jochen Horst, 63, durch, bleibt auf jeden Fall im Container.